Hallo ihr Lieben, heute ein anderes schwerwiegendes Problem, welches ich euch näher bringen möchte. 3. Ängste. Leidest du an Ängsten oder gar Panikattacken? Hast du diese und kommen diese Ängste aus heiterem Himmel? Sie wiederholen sich immer und immer wieder? Egal um was es sich handelt? 4. Angst? Panikattacken? In jeglicher Hinsicht? Ich könnte unzählige Beispiele aufzählen, wie Angst vor dem Fliegen, Tunnel, hohe Brücken, Wasser, Dunkelheit, Menschenansammlung, Fahrstuhl und so weiter und so weiter. 5. Ja, sie sind so intensiv, dass sie immer schneller ihren Höhepunkt erreichen. 6. Und auch davor hast du Angst, schon bevor die Panik kommt. 7. Eine Hypnosebehandlung kann, nein, sie ist hilfreich. Mit sanftem, hypnotischem Zugang in deine unbewusste Gefühlswelt kann ich mithilfe einer Analyse aus allen relevanten Lebensbereichen hypnotisch abfragen und dann die Ursache deines Problems feststellen. 8. Ich mache deinem Unterbewusstsein klar, dass es für dich keine Ängste mehr gibt. 9. Mit Effektivität werden negative Gedanken behandelt und in positive Gefühle umgewandelt. 10. Durch konfliktlösende hypnotische Interventionen entlaste ich Seele und Körper und eine Neuorientierung wird vorgenommen. 10. Der Leitsatz für dich ist, ich will mich befreien und ich helfe dir dabei. 10. Habe Vertrauen und lasse dir helfen. Schau dir meine Internetseite hypnose-mit-deria.de an und nimm Kontakt zu mir auf. Wir lösen dann dein Problem. Bis dahin, in Liebe, Derea. 11. Gelächter